Wow, das sieht toll aus! Warte auf mich, ich will mit! Sieh nur, ein Blumenkleid, wie schön! Das gefällt mir am besten! Moment, was passiert mit dem Papier? Oh, Mädels, wo sind sie hin? Mädels, das ist nicht lustig, wo seid ihr? Was ist das denn? Und los! Wow, wurden wir in eine Challenge teleportiert? Was ist denn mit mir passiert? Und bist du bereit für die nächste Challenge? Oh, das sind aber viele Make-up-Schwämmchen! Echt fluffig! Hm, sollte ich mein Make-up überprüfen? Oh, mein Make-up müsste schon mal aufgefrischt werden! Ja, meins auch, Sky! Oh, sieh mal, das Rad! Hey, es zeigt auf den Make-up-Schwamm! Yay, und wir haben diese Leinwände, um uns auszutoben! Gut, die Utensilien liegen bereit, jetzt kommen die Hände! Oh, Mann, niemand darf Hände benutzen dieses Mal! Na dann mal los! Au, mein Kopf! Autsch! Okay, wir müssen besser aufpassen! Gut, also, ich hab etwas Farbe auf dem Schwamm. Mit Gelb tupfe ich eine gerade Linie auf die weiße Leinwand. Diesmal beginne ich mit hellblau und tupfe mit dem Schwamm an dieser Stelle auf die Leinwand. Und ich finde, sie könnte noch etwas mehr Orange vertragen. Nun ist hellrosa dran. Die kommt direkt neben die blaue Farbe. Und jetzt noch etwas Algengrün zur Abwechslung. Das macht voll Spaß, oder, Lexi? Okay, genug geplaudert. Genau hier brauch ich noch was Grün. Ich muss hier rosa mit Pink verblenden. Yes, der Ombre-Effekt funktioniert hervorragend! Wow, wunderschön und irgendwie beruhigend! Puh, ich bin auch fertig. Das war harte Arbeit. Wow, das sieht komplett anders aus als mein Bild. Wow. Hey, hast du schon mein Bild gesehen, Lexi? Sieh mal! Ja, ja, schon gut, Sky. Dein Bild ist... Wow! Wie zum Geier hast du das denn gemacht? Da staunst du was? Ich hab meiner Fantasie freien Lauf gelassen. Oh, jetzt bin ich wegen meinem Bild verunsichert. Hey, nicht traurig sein. Wir können dein Bild mit dieser Blume aufhübschen. Indem wir sie so auf die Leinwand legen und mit etwas weißer Farbe auf die Blütenblätter tupfen. Und das machen wir ringsherum um die Blüte. Oh, wow! Hier ist auch noch Platz für eine. Wow, Sky, das sieht schon viel schöner aus. Sieh nur, wie die Blütenblätter ein Muster gezaubert haben. Sieht mega schön aus. Gern geschehen, schön, dass es dir gefällt. Das macht Laune! Okay, und würfeln! Oh, verloren! Juhu, ich darf das Rad drehen! Was wir wohl dieses Mal bekommen? Uh, eine Überraschung! Wow! Die Auswahl ist ja riesengroß! Oh, ich dachte, das wäre etwas Süßes. Was ist das? Damit kann man malen! Ah, verstehe! Meinst du so? Das macht Spaß! Na, was sagst du? Äh, okay, benutze es so. So entsteht eine Spirale. Du musst nur den Stift bewegen. Die Kreise erledigen den Rest. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Das sieht cool aus. Okay, jetzt probiere ich eine andere Farbe. So entsteht ein neues Muster. Die brauche ich nicht mehr. Hey, das sieht toll aus. Wow! Richtig hypnotisierend. Ashley, alles okay? Juhu! Hey, reiß dich zusammen! Hol dich die Glocke wieder zurück! Ah! Das muss funktionieren! Echt jetzt? Ich hab' keine Ideen mehr! Oh, die Feder könnte nützlich sein! Aufwachen! Fatschi! Was ist passiert? Ach ja, meine schönen Kreise! Äh, die sehen toll aus! Darf ich das Rad drehen? Also gut, meine lieben Bäuerinnen! Ihr werdet gleich aufhören zu quatschen. Wenn ihr dieses königliche Juwel seht. So glänzt sie. Malt es! Das mach' ich mit links! Eine Krone zu zeichnen ist so einfach, das könnten sogar Affen tun. Ach, wirklich? Ich werd' ihr zeigen, wie's richtig gemacht wird! Es geht um die Details! Und auch die Farbe der Juwelen! Probinerot werden sie! Und ein Touch-Realismus kann nichts schaden! Gut, dass ich das Ding immer dabei habe! Es ist perfekt! Aber es fehlt noch ein bisschen Glanz! Goldglanz natürlich! Keine Sorge, ich hab' einen Plan! Los geht's! Du zuerst! Alles klärchen! Was hältst du davon? Sie ist so hübsch! Du darfst sie tragen! Wie hast du das gemacht? Ich liebe das! Und jetzt zu dir, Ashley! Das ist meine Krone! Wenig überzeugend! Aber das sollte dir helfen! Ähm, bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt! Wow, siehst du auch dieses helle Licht? Uh, in der Runde sind wohl Boxen dran! Diese Box gehört mir! Oh wow, guck mal, was ich hier hab' Spraydosen! Was wohl in meiner drin ist? Schütteln hilft hier nichts, ich muss sie öffnen! Wow, so viele Buntstifte! Die gefallen mir wirklich gut! Oh, guck mal, noch eine kleine Box! Was da wohl drin ist? Ich seh' einfach mal nach! Hä? Ein wirklich schräger Inhalt! Ein Auge aus Fruchtgummi! So klebrig! Okay, ich ess den jetzt, weil ich voll Hunger hab' Mh, sowas von gut! Und süß! Ich liebe es! Wow, der Snack hat mir echt gut geschmeckt! Gibt's noch mehr Snacks? Hey, sieh mal! Wir dürfen beide Hände benutzen! Ich hab' meine Handschuhe an! Die Runde kann also beginnen! Zuerst sprühe ich mit der blauen Farbe in die Mitte des Papiers! Das Glas benutze ich als Orientierung für die weiße Farbe! Jetzt haben wir einen perfekten Kreis in blau! Dann brauche ich noch einen Teller! Den lege ich so auf das Papier! Und mit Schwarz sprühe ich noch einmal um den Teller herum! Und ein bisschen Schwarz kommt in die Mitte, dann sieht's wie ein Auge aus! Und ich bin bereit, mit einer Hand zu malen! Und los geht's! Ich male ein Auge mit nur einer Hand! Also bisher läuft's wie geschmiert! Und ich bin fertig! Tada! Mein Lochgesicht ist fertig! Wow, wie hast du denn das geschafft? Meinst du das Auge hier? Sieht echt gut aus, oder? Oh wow, das Bild hat sich in ein Auge aus Fruchtgummi verwandelt! In ein riesiges Auge sogar! Voll krass! Wie geht das? Das ist riesig! Darf ich es haben? Äh, nein, das gehört mir! Und nun entschuldige mich, ich muss dieses Auge essen! Och, Mann! Naja, ich hab' meinen Kuchen auch nicht geteilt! Wow! Was geht ab? Was ist das? Oh, und noch eins! Das werden ja immer mehr! Ha! Das! Warte, was ist das? Oh, die sieht flauschig aus! Es gibt auch eine Babygiraffe! Die gehört mir! Oh! Okay, dann gehört mir die Babygiraffe! Meine Giraffe ist viel besser! Okay, nicht bewegen! Ich muss dich abmalen! So weit, so gut! Was machst du da? Ich untersuche die Giraffe! Oh, gute Idee! Ha! Wie läuft es bei Justin? Voll realistisch, oder? Ich nenne ihn Gary! Das sieht gar nicht wie eine Giraffe aus! Das wird etwas schwierig! Der richtige Winkel ist das A und O! Moment mal! Ich habe eine Idee! Ich lege meine Hand so auf das Papier und fahre sie nach! Dann male ich ein Gesicht dazu! Und schon ist es eine Giraffe! Nun wird sie noch angemalt! Der Braunton passt perfekt zu ihr! Der Rest wird gelb angemalt! Vorsichtig! Ich will schließlich nicht über die Ränder malen! Jetzt ist der Hals dran! So, das reicht! Zum Glück ist mir das eingefallen! Ja, okay! Das ist echt cool! Sorry, Gary! Das ist für dich! Dankeschön! Also gut, los geht's! Oh, warte! Du bist zuerst dran! Nee, beginnen wir zusammen! Mal sehen, was das Zufallsrat mir gibt! Uh, ein Lach-Emoji! Oh, echt jetzt? Yes! Ich darf eine Hand benutzen und du gar keine! Mal sehen, was die Magie uns bringt! Sind das Quetschflaschen? Weißt du was, Guy? Für diese Runde brauchen wir Schürzen! Okay, nun kann die Challenge endlich beginnen! Vielleicht ändert das Zufallsrat noch seine Meinung! Bitte, bitte mach schon, bitte! Oh mein Gott, es hat funktioniert! Das ist ja unglaublich! Ich male sowieso lieber Eis als Emojis! Okay, der Kreis ist perfekt! Es fehlen aber noch die Augen! Augenbrauen dürfen auch nicht fehlen! Alles klar, mit der Flasche bin ich durch! Und nun kommt Blau! Ich male die Tränen und male sie mit Blau aus! Funktioniert doch ganz gut! Das ist erstmal genug Teig! Und jetzt kommt... Rot! Ich muss nur fest genug auf die Flasche weisen! Schön am blauen Rand entlangfahren! Gar nicht mal so übel! Okay, und nun kommt Gelb! Ohne Gelb wäre es schließlich kein Smiley! Da ist jede Menge leere Fläche, die aufgefüllt werden muss! Ich will keine Lücken, also muss alles bedeckt sein! Gleich ist der Pfannkuchen fertig! Zeit zu wenden! Wow, das ist sowas von gut geworden! Oh nein, meine Nase kitzelt, das ist nicht gut! Hatschoo! Oh nein, der Deckel ist ab! Oh, was für eine Sauerei! Oh, das ist echt übel! Kopf hoch, Sky! Schon gut! Mein Pfannkuchen ist dann wohl fertig! Vielleicht kann man mit dem Pfannenwender noch was retten! Ich schiebe das etwas zur Seite und... Naja, noch schlimmer kann es ja nicht mehr werden! Okay, schon besser, oder? Ich finde schon! Äh, danke für den Versuch! Oh je, da hat aber jemand schlechte Laune! Hey, wirf mal einen Blick auf meinen Pfannkuchen! Süß, oder? Hm, ich hab's! Ah, ja? Erinnerst du dich an unser Gespräch? Äh, ja? Schon unterwegs! Wer zur Hölle ist das denn? Ich bin so schnell wie möglich gekommen! Oh, die ist echt hübsch! Hi! Hier ist eure Inspiration, Leute! Ah, genau mein Ding! Meines wird buchstäblich gleich aussehen! So! Äh, Nick? Jemand zu Hause? Hier, für dich! Oh, so viel Lucky! Ich hab's! Ich male direkt aus dem Herzen! Hm, sind das nur Kretzeleien, Nick? Ja, heiß, lang und blau! Und so eine hübsche Flosse! Solch eine gute Schwimmerin! Ich schätze, das passt so! Man sieht, dass das ein Fisch ist, oder? Danke für den Tausch, Kumpel! Fertig! Ist sie nicht wunderschön? Ach, unglaublich! Oh, nee! Das kann ich unmöglich zeigen! Ja, es ist ein Fisch! Äh, ja, der könnte ein bisschen besser sein! Ja, mehr Jungfrauen sehen viel besser aus! Okay, bist du bereit, Ashley? Darf ich zuerst bitte? Aber natürlich! Danke, das ist so aufregend! Es ist der Hase! Oder? Ist das dein Ernst? Es ist die Katze! Von wegen! Es ist der Hase! Hör auf! Du bist gemein! Ich halte mich nur an die Regeln! Okay, du hast es so gewollt! Zeig, was du kannst! Lass uns loslegen! Ich habe mich mein Leben lang darauf vorbereitet! Na los, trau dich! Oh, meine Nase! Ich muss etwas tun! Das reicht! Ich gebe auf! Oh, gib den her! Pass auf! Ich male ein paar S-Formen auf das Papier und verbinde sie miteinander! Das wird sowas von süß! Fehlen nur noch ihre niedlichen Gesichter! Das ist ein Hase und das ist eine Katze! Nun werde ich sie bunt anmalen! Sie sehen so glücklich aus! Das ist das reizte Kinderspiel! Gleich bin ich fertig! Justin, sieh mal! Sie umarmen sich! Wow, eine Katze! Das ist voll cool! Oh, das ist voll niedlich! Wow, der ist echt weit oben! Mann, ist der schleimig! Oh-oh! Hi! Setz dich, Ellie! Oh, okay! Sieh mich nicht an! Oh, wie nett! Die Farbe steht mir! Okay, klasse! Schlagt eure Bücher auf! Muss das sein? Die heutige Stunde wird aufregend! Als ob! Ich liebe ihre Notizbücher! Dann fange ich mal an, Notizen zu machen! Ich weiß, der Stift ist super süß! Ich hätte auch gerne schöne Sachen! Meine Sachen sind voll langweilig! Wie unfair! Was ist da hinten los? Moment mal! Was ist das Problem? Ich bin neidisch! Lass mal sehen! Das ist ein toller Stift! Vielleicht kann ich helfen! Echt? Pimp deine Stifte mit diesem einfachen Trick! Entferne die Stiffteile! Fülle die Stifthülle mit Kleber auf! Achte darauf, dass nichts daneben geht! Das sollte reichen! Fülle nun Glitzer hinein! Steck nun die Stiftmine hinein! Und schraube den Stift wieder zu! Ein toller Glitzerstift! Echt schön, oder? Wow, der ist toll! Der kleine Freund hier kommt oben drauf! Oh, er ist so niedlich! Danke! Warte kurz! So fühle ich mich wohler! Wow, echt stylisch! Die nehme ich! Die ist nicht gut genug! Du brauchst ein Makeover! Ich fühle mich so lebendig! Wie? Wie hast du das gemacht? Ist das wichtig? Du siehst toll aus! Sie sind mein Lieblingslehrer! Ich mache nur meine Arbeit! Ich bin so glücklich! Was? Wow, ich liebe deinen Look! Oh, ich habe etwas für dich! Echt? Für mich? Danke! Bestie! Selfie! Ich liebe diese Klasse! Oh, ich muss mich umziehen! Aha! Die heutige Stunde handelt von... Und jetzt ein Zauberwürfel! Na, das ist eine echte Challenge! Ein Lineal und ein Stift! Oh, ich hab's! Das Lineal hilft mit vielen geraden Linien! Die Winkel lassen es als 3D erscheinen! Was macht Nick denn da? Wie hat er das denn geschafft? Einfach das Papier gedreht? Es ist ein bisschen komplizierter als das! Mit der richtigen Schattierung kann das echt dynamisch aussehen! Siehst du? So, der Stift ergibt einen tollen Kontrast! Fast fertig! Und nun... Eine super leichte Schattierung! Man kann's kaum sehen! Dieser Schatten lässt es richtig hervorheben! Ja! Wie macht er das denn? Boah, das steht total aus dem Blatt hervor! Sowas von cool! Bereit zum Spielen? So, los geht's! Oh, ich will das auch mal probieren! Schaut euch das an! Was ist das? Es bewegt sich! Wow! Gut gemacht, Nick! Sieht aus, als würde mich das angreifen! Ich geh ein bisschen näher ran! Oh, schau! Boah, wie geht denn die ab? Ha! All die fliegenden Farben! Wird er schon schwindelig? Noch eine Drehung? Und fertig! Oh, oh nee! Was? Ist da was auf meinem Gesicht? Wow, wie abstraktes Make-up! Na, sowas hab ich ja noch nie gesehen! Oh, ich liebe diese Süßigkeit! So fruchtig! Diese Geschmacksrichtung ist besser als das Original! Augenblick mal! Ich hab ne Idee! Dafür schütte ich ein paar aus! Die sind so kunterbunt und schön! Rosa gefällt mir am besten! Und jetzt sortiere ich sie nach Farben! Zuerst ist blau dran! Und nun pink! Gut, alles sortiert! Und nun fehlt nur noch ein Hauch von Magie! Yes, ein Puppet! Mein Wunsch ist tatsächlich in Erfüllung gegangen! Erstmal ne Runde spielen! Hey, what the heck? Was machst du denn? Das hier ist ne Malchallenge! Ah, stimmt! Voll vergessen! Das Puppet hat mich etwas abgelenkt! Yes! Dieses Mal darf ich Hände benutzen! Und zwar alle beide! Ha! Das ist meine Chance! Das leihe ich mir kurz aus! Das Puppet brauche ich für mein Bild! Zuerst male ich mit Rot! Okay, ich male das Innere des Puppets mit den Farben aus! Ich bin schon sehr gespannt auf das Endergebnis! So, und nun ist die zweite Reihe des Puppets mit Orange dran! Okay, fertig! Mal sehen, wie das wird! Nun muss ich das Puppet noch umdrehen! Und schon kann ich loslegen! Rot, rot und etwas blau hier! Oh Mann, mit zwei Händen kann man einfach viel mehr machen! Hey, ich weiß, was ich machen werde! Auf geht's, Naseweiß! Dann male ich eben mit meiner Nase! Puh, die Farbe kitzelt ein bisschen! Mit dieser besonderen Maltechnik werde ich bestimmt punkten! Klappt doch ganz gut! Und nun ist Orange dran! Guck mal, dieses Puppet habe ich mit meiner Nase gemalt! Juhu, meins ist auch fertig und gefällt mir sehr gut! Sieh nur, wie perfekt die Kreise sind! Meins ist besser als deins! Wow, das ist Zauberei! Puppet-Kekse! Da muss ich probieren! Oh, wow, das schmeckt so gut! So etwas Gutes habe ich schon lange nicht mehr gegessen! Hier ist es so dunkel! Ich habe solche Angst! Was ist das für ein Ding? Verschwinde aus meinem Zimmer! Hilfe! Was ist hier los? Da ist ein Riesenmonster! Dafür hast du mich geweckt? Ein Kleiderständer? Oh, äh, schätze, das war nur in meinem Kopf? Gute Nacht! Entschuldigung! Aber dunkel ist es trotzdem! Ist nur ein Kleiderständer, stimmt's? Ich bin sicher! Was? Ah! Es ist wieder da! Ich brauche Hilfe! Bitte! Hilfe! Hilfe! Was? Da drüben! Ich sehe hier nichts! Aber ich weiß, wie wir das ein für alle Mal beenden! Zuerst schwärzen wir die gesamte Leinwand! Wenn wir damit fertig sind, tragen wir mit einem Stempel weiß auf! Mit Schwarz malen wir dann einen Baum! Wir malen sogar einen kleinen Wald! Als nächstes kommen weiße Sterne an den Himmel! Mit etwas Spritzern stechen wir dann Löcher in die Leinwand! Wir machen hier und da ein paar Löcher! Und stecken dann Lichter durch! Damit solltest du dich sicher fühlen! Wow! Jetzt musst du keine Angst mehr haben! Licht aus! Hä? Was ist das da drüben? Oh! Ein Monster? Oh! Hör auf, mich zu ärgern! Jetzt fühle ich mich viel besser! Monster frei! So muss das sein! Das sieht so süß aus! Matthew wird's lieben! Oh! Oder auch nicht! Ich muss das ändern! Toll! Ich habe keinen Radiergummi! Was soll's? Ich habe noch einen im Federmäppchen! Wo ist er? Ich bin mir sicher, dass... Moment mal! Pfff! Pfff! Gina! Darf ich da ein Radiergummi haben? Klar! Hier für dich! Ups! Hey, du! Danke! Echt nett! Genau, was ich brauche! Matthew hat ihn noch! Ich statte ihm einen Überraschungsbesuch ab! Matthew lebt echt weit weg! So spare ich mir schon mal das Duschen! Ich hätte eine Jacke mitnehmen sollen! Ich freue mich darauf, ihn zu sehen! Was? Du siehst echt hübsch aus! Das glaube ich nicht! Und mit meinem Radiergummi? Das ist voll ätzend! Blöder Matthew! Wie kann er nur? Meinen Radiergummi kann er vergessen! Was mache ich jetzt? Gina! Hä? Wie lange bist du schon hier? Nimm den Spitzer! Wie? Augenblick mal! Schon kapiert! Danke! Das hätte mir früher einfallen können! Zuerst drehe ich den Spitzer um! Dann bedecke ich die Unterseite mit Kleber! Ich fülle ihn bis oben hin auf! Dann muss es trocknen! Das sollte reichen! Der Kleber radiert den Stift weg! Das funktioniert voll gut! Jetzt kann ich das Bild fertig malen! Hä? Ich wollte dir helfen und das ist für dich! Oh! Wie niedlich! Tut mir leid! Eins, zwei, go! Oh! Echt knapp! Ich regle das und drehe das Rad für euch! Wer ist das? So eine seltsame Tante! Wow! Sie wollen auf das Rad! Was? Oh wow! Das könnte schwierig werden! Halt! Was? Lass uns daraus eine Challenge machen! Eins, zwei, drei, go! Das ist echt schwierig! Oh nein! Mein Stift! Schon gut! Ich habe noch einen! Das läuft nicht so gut! Oh! Komm schon! Oh! Oh! So ein Pech! Ich habe keine Zeit dafür! Das dauert voll lange! Oh! Ich muss mich beeilen! Die Zeit ist fast um! Oh! Weg mit dir! Hey! Halte den Müll fern von meinem Bild! Obwohl! Der könnte nützlich sein! Ich male zuerst eine Ballerina! Das wird toll aussehen! Sie sieht so anmutig aus! Den Spitzmüll benutze ich als Tütü! Das gefällt mir gut! Hey Ashley! Was hältst du davon? Oh! Ich habe zu viel gespitzt! Aber ich kann auch mein Bild fertig malen! Gib mir einen Moment! Oh! Vorsichtig! Okay! Das reicht! Und? Was sagst du? Das ist schön, oder? Gut gemacht! Was sagt die Uhr? Wir haben es geschafft! Auf uns! Gut gemacht! Gibt es etwas Klassischeres als ein Stillleben? Und wie schwer kann das schon sein? Das Pop-It macht Spaß! Okay! Wie bekomme ich den Apfel zum Glänzen? Das ist kein schlechter Anfang, oder? Das könnte ich ewig machen! Nee! Eigentlich nicht! Geh mir aus dem Weg! Ich wette, das kriege ich raus! Mir ist so langweilig! Was macht sie da drüben? Sie malt einen Haufen Obst? Das werden wir ja noch sehen! Sieh an, sieh an! Was haben wir denn hier? Hä? Warte! Da fehlt jetzt was! Was zur... Dann muss ich wohl von vorne anfangen! Wann ist die denn endlich fertig? Hallo Apfel! Okay! Hat sich der Apfel bewegt? Wie soll ich denn so arbeiten? Das ist lustig! Okay, dieses Mal wird's was werden! Wie bitte? Ich versteh das nicht! Hallo? Dafür muss es doch eine Erklärung geben! Hey! Ich hätt wissen müssen, dass du dahinter steckst! Komm zurück! Jetzt komm her! Du gehst nirgendwo hin! Wenigstens nicht, solange ich male! Okay, das hier noch! Ach, jetzt kann ich endlich in Ruhe malen! Okay, wo war ich? Ähm, hallo? Wie lange muss ich denn hier hängen? Lass mich runter! Hast du dir selbst zuzuschreiben? Ja! Warum bin ich nicht schon früher auf die Idee gekommen? Ich male einfach den Schatten der Früchte ab! Damit fällt das lästige Raten weg! Und ich kann mich voll und ganz auf die Pinselstriche konzentrieren! Jetzt kommt die Birne! Ihre Form ist super knifflig! Wow! Ich komm so ziemlich schnell voran! Das Obst ist fertig! Jetzt fülle ich noch den Hintergrund ein bisschen auf! Meine Signatur darf natürlich nicht fehlen! Das könnte eines Tages wertvoll sein! Und fertig! Aber nicht dank dir, Schwesterherz! Oh! Ja! Meine Hände sind frei! Aber warte! Oh nein! Aha! Mir geht's gut! Okay, die nächste Runde! Warte! Halt dir die Augen zu! Uh! Wie geheimnisvoll! Haha! Das wird Ashley überraschen! Oh! Das ist echt eklig! Und es riecht schrecklich! Was stinkt hier so? Sorry! Warte, Justin! Ich weiß, was zu tun ist! Sieh dir das an! Zuerst male ich einen Baum! Dann ein paar Äpfel! Und noch ein paar Blätter! Ich will nicht über den Rand malen! Das sieht toll aus! Etwas dunkelgrün für die Baumblätter! So bekomme ich mehr Textur! Natürlich muss der Baumstamm braun sein! Mit vertikalen Strichen sieht es wie ein echter Baumstamm aus! Die Äpfel malen wir rot an! Die sehen so gut aus! Tada! Ein Apfelbaum! Nicht schlecht, aber das ist kein echter Apfel! Justin! Sieh mal! Wow! Das ist so cool! Mh! Echt lecker! Probier mal! Auf jeden! Kannst du bitte eine Pizza malen? Meine Nägel sehen spitze aus! Alles eine Frage des richtigen Winkels! Das macht Spaß! Als ob! Was ist das? Das ist mein Schiff! Wie du meinst! Meine Nägel sind interessanter! Okay! Ich male hier weiter! Oh nein! Mein Stift! Ich habe keinen Spitzer! Was mache ich jetzt? Was ist los? Die Mine ist gebrochen und ich habe keinen Spitzer! Ah! Nimm das! Oh! Okay! Wie fühlt sich das an? Nein! Benutz das für deinen Stift! Oh! Schon kapiert! Ich fahre mit dem Stift über die Nagelfeile! Es funktioniert! Sieh mal! Jetzt kann ich das Schiff zu Ende malen! Cool, oder? Ich habe eine Idee! Ich male dich! Warte! Ich habe an einer Pose gearbeitet! Wie ist das? Äh! Schrecklich! Okay! Geh mal da hin! Okay! Bereit? Das ist schon besser! Ich fühle mich so glamourös! Leg deine Hand an den Kopf! Meinst du so? Genau so! Wundervoll! Wie lange noch? Hey! Ich bin wach! Und? Was sagst du? Äh! Ja! Gut gemacht! Das ist mein bestes Bild! Dieses Ding zu poppen ist wirklich befriedigend! Äh! Wie wär's, wenn ihr das zeichnet? Ich liebe Poppets! Okay! Jen wählt die bunte Variante! Aber ich werd noch kreativer als das! Ich leime den mal kurz aus! Zuerst legst du etwas Klebeband so aus! Dann machst du solche Farbkleckse! Nimm dann einen Kamm, um ein lustiges Muster zu machen! Der bringt die Farben sehr gut zusammen! Viel interessanter als Pimpelstriche! Und wenn du das Tape abziehst, hast du saubere Linien! Siehst du, was ich meine? Wow! Das hat wirklich funktioniert! Mein Kamm! Was hast du mit ihm gemacht? Das ist meiner! Sorry! Kein Respekt! Süßes Friedensangebot? Nein, glaub ich nicht! Warte mal! Okay! Gib sie her! Das könnte interessant werden! Lila! Mein Favorit! Du gehst an die Spitze! Damit erweck ich es wirklich zum Leben! Und es sieht aus wie ein Puppet! Nice! Check sie uns! Hier! Das ist die abgefahren! Aber Jennifer ist wirklich spektakulär! Und die Gewinnerin? Wow! Ich wusste nicht, dass es Kaffee-Drehen gibt! Naja, dann stecken wir wohl nun hier drin! Kann's losgehen? Hey, wie geht's? Lang nichts mehr von dir gehört! Dann kümmere ich mich eben um meine Nägel! Na endlich! Da passiert was! Sieh nur das Licht! Sieht nach Aliens und Ufos auf! Wie aufregend! Das ist so cool! Was wohl als nächstes passiert? Was? Ich darf meine Hände nicht benutzen? Oh, wie unfair! Eine Hand? Das ist gar kein Problem für mich! Na dann male ich mal meinen kleinen Alien-Freund! Hier der Kopf und nun kommt der Körper! Natürlich hat er auch Arme! Zwei Stück, um genau zu sein! Und er läuft auf zwei Beinen! Und nun kommen noch ein paar Details dazu! Er hat große, schwarze Augen, eine kleine Nase und auch einen kleinen Mund! So hauchen wir ihm Leben ein! Oh, bei ihr sieht das mit einer Hand wie ein Kinderspiel aus! Oh mein Gott! Neben mir steht ein echtes Alien! Was macht er denn da mit meinem Stift und Teller? Hm, was ist das denn? Soll wohl eine Art Selbstporträt sein? Hey, Alien-Kumpel! Guck mal, was ich gemalt hab! Er tanzt sogar, wenn sich das Wasser bewegt! Er hat echt abgefahrene Moves, findet ihr nicht auch? Gefällt's dir? Bestimmt, oder? Yes, es gefällt ihm! Wow, ein echt cooler Astro-Kuchen! Wow, der Kuchen ist für mich! Okay, dann bekommst du das Bild! So einen tollen Kuchen hab ich echt noch nie gesehen! Sie kriegt einen Kuchen und was kriege ich? Anscheinend gar nichts! Zumindest nichts weiter als diese Alien-Kritzelei! Hey, was ist denn mit mir? Willst du das Bild haben und gegen einen Kuchen tauschen? Nein? Oh, what the heck! Das Bild hast du gemalt! So eine Gemeinheit! Hm, der Kuchen ist toll! Ich probier ihn mal! Hm, der Astro-Kuchen schmeckt mega! Voll cool, dass ich die Runde gewonnen hab! Oh, Selfie-Zeit! Hat sie Selfie gesagt? Das ist meine Chance! Du magst doch Blasenfolie! Ha! Klingt cool, oder? Oh! Erwischt! Ha! Nervt dich das? Hör damit auf! Bitte, ich ertrag das nicht mehr! Was machst du? Stopp! Du willst mich so zurücklassen? Oh, damit kommst du nicht durch! Gut, dass die nicht so eng sitzt! Puh! Warte mal! Ja, ich weiß! Ich denke, ich kann daraus was Cooles machen! Wer möchte einen Farbklecks? Ich fülle die Blasen einfach mit Farbe! Und das Beste daran ist, sie knallen nicht! Aber schau mal, was rausgekommen ist! Ein süßes, glückliches Gesicht! Und das hänge ich direkt hier auf! Wo ist sie hin? Cool! Wow, Wissenschaft kann echt interessant sein! Oh, eine Nachricht! Oh nein! Ich habe Chinas Geburtstag vergessen! Was schenke ich ihr? Gibt es hier etwas, das ich benutzen könnte? Das ist ein Anfang! Fehlt nur noch ein Geschenk! Wow! Autsch! Hey, die Schleife kommt gut! Das wird wehtun! Okay, dann wollen wir mal! Das wird super! Hey, sieht voll schön aus! Aber was lege ich hinein? Eine Puppe? Ah! Oh, noch eine Puppe? Die kann ich gebrauchen! Nope! Blumen! Das ist eine gute Idee! Die sind echt schön! Woher kommen nur diese Bienen? Ich wurde gestochen! Oh, lieber nicht! Das ist eine gute Idee! Wem mache ich etwas vor, als ob? Oh! Na los! Denk nach! Oh, ich hab's! Ich kann ihr ein Tagebuch machen! Du brauchst ein normales Notizbuch! Öffne die Rückseite des Buchs! Und fahre mit etwas Kleber auf der Seite entlang! Vergiss nicht, die Ober- und Unterseite zu bekleben! Dann brauchst du eine pinke Schleife! Befestige die Schleife am Kleber! Wiederhole das mehrmals mit pinken Schleifen auf der Unterseite! Bist du damit fertig, brauchst du eine grüne Schleife! Befestige die grünen Schleifenbänder an der Seite! Achte darauf, dass keine Lücken entstehen! Schließe nun das Notizbuch! Falte die pinken Bänder über das Notizbuch! Jetzt fädelst du die grünen Bänder wie ich an den pinken Bändern ein! Mache das mit jedem grünen Band bis ganz oben hin! Sieht aus wie ein Schachbrett! Öffne wieder das Notizbuch! Fahre mit dem Kleber auf der Oberseite entlang! Falte die überschüssigen pinken Bänder über den Kleber! Drücke die Bänder fest auf den Kleber! Fahre mit dem Kleber nun wie ich über die Bänder an der Seite! Achte darauf, nur drei Seiten zu bekleben! Lege nun ein Blatt Karton darüber! Drücke feste drauf, damit es kleben bleibt! Perfekt! Ein DIY-Tagebuch! Hoffentlich freut sich Gina! Ich bin bereit für Ginas Geburtstag! Ich hab etwas für dich! Wow! Papierschnipsel! Danke! Dein Ernst? Sieh genauer hin! Ach so! Dankeschön! Du bist der Beste! Ich weiß! Ich pudere noch schnell mein Näschen, während wir warten! Euch scheint langweilig zu sein? Los, Rad! Dreh dich! Oh, sie hat den Knopf gedrückt! Was es wohl diesmal wird? Sieht nach Wattestäbchen aus! Na, die Stäbchen, mit denen du deine Ohren reinigst! Ich verstehe nur Bahnhof! Oh nein! Das Puder ist in meiner Nase! Achiu! Und nun liegen die Stäbchen überall rum! Autsch! Tut mir leid! Oh, ist das etwa mein Gesicht? Sah ich so etwa beim Niesen aus? Oh mein Gott! Du hast da was in der Nase! Ja, das weiß ich schon längst! Okay, ich brauche erstmal mehr Platz auf dem Tisch! Und nun kann ich mit dem Malen beginnen! Ich male ein schönes Damenkleid! Und sie bekommt lange Haare, weil... Naja, wieso eigentlich nicht? So weit, so gut! Das sieht bisher echt toll aus! Nun muss ich das Wattestück vom Stäbchen abschneiden! Das mache ich mit mehreren Stäbchen! Dann dekoriere ich ihr Kleid mit den Stäbchen und dem Kleber! Ich lege sie der Reihe nach hin und klebe sie aneinander am Kleid fest! Nun ist die erste Reihe fertig und nun kommt die zweite! Hierfür benutze ich nun grün und blau! Wer hätte gedacht, dass diese Wattestäbchen so lustig sein können! Nun ist die obere Seite ihres Kleides dran! Puh! Endlich fertig und nun zeige ich euch mein Bild! Na, wie gefällt euch meine Dame im Kleid? Das ist wahrhaft eine Fashion-Königin! Wow, ich hätte auch gern so ein Kleid! Das ist echt schön! Alles, was ich habe, ist mein Gesicht beim Niesen! Nun ist Zeit für die letzte Runde! Das Rad dreht sich nun zum letzten Mal! So ein süßer Hase! Na los, beginnt! Uh, das wird lustig! Aber ich brauche noch die passende Kleidung dafür! Wow, what the heck! Ich wusste nicht, dass wir uns umziehen dürfen! Sorry, kann nicht mehr reden! Ich muss von der Mose inspiriert werden! Zuerst kommt das! Ein einziger Strich! Und nun noch ein Strich hier! Keine Sorge, der will nur spielen! Ein kleiner Wildfang des Waldes! Den hast du aber schnell gemalt! So ist das eben, wenn die Mose zu einem spricht! Hier ist mein Kunstwerk! Ach du meine Güte, wie furchteinflößend! Oh je! Das ist halt ein wilder Hase! Ich mag lieber süße Häschen, aber nichts Gruseliges! Ich wiederhole dieselben Striche auf einer anderen Seite! Dann kommen die Arme und Beine dazu! Der Schwanz ist fertig! Nun ist dein süßes Gesichtchen dran! Jeder Hase braucht selbstverständlich eine Karotte! Okay Häschen, jetzt bekommst du Farbe! Wie wär's mit pinken Ohren? Und ein paar pinke Wangen! Das ist niedlich! Die Karotte muss auch bunt sein! Na, was sagst du Häschen? Willst du weißes Fell? Nö, wir machen dich blau! Mein Hase ist fertig! Wie gefällt er ihnen? Also das ist der Hase, der mir gut gefällt! Wirklich? Er gefällt ihnen? Yes! Vielen, vielen Dank! Ach, was soll's! Jeder kann Hasen malen! Äh! Was ist denn hier los? Alles dreht sich rückwärts! Wer spult denn hier zurück? Hä? Was ist denn hier los? Hört das jemals wieder auf? Ich weiß nicht! Ich hab irgendwie Angst! Da ist die Stelle, wo du mich angemalt hast! Und hier sind... Und hier waren wir in der Challenge angekommen! Ah! Oh! Hey, wir sind wieder zurück im Park! Und in Sicherheit! Hey, sieh mal! Willst du Süßigkeiten haben? Mädels, was treibt ihr denn da? Keine Süßigkeiten! Die sind ungesund! Hier, ess lieber diese Orangen! Die haben jede Menge Vitamin C! Wie du meinst! Vielleicht noch etwas mehr da? Oder noch mehr Schatten? Sorry, Mies! Ich bin zu spät! Gabi! Hä? Hallöchen! Sorry, darf ich? Okay! Danke! Äh... Was hab ich verpasst? Aufgepasst! Also dann, klasse! Ihr könnt loslegen! Ihr Wunsch ist mir bewill! Oh Mann, dann beginne ich zu malen! Aber nicht mit Farbe! Ich male heute hier mit! Challenge angenommen! Oh! Hoffentlich hab ich genug dabei! Hä? Entschuldigung! Moment mal! Oh! Ein Radiergummi! Was man mit dem wohl anstellen kann? Sieh dir all die Malutensilien an! Er hat eine Million Stifte! Und ich hab gar keinen! Mal nachdenken! Ähm! Hättest du was dagegen mit mir zu teilen? Meine Sachen? Aha! Farbe? Vergiss es! Er ist so egoistisch! Da muss ich wohl allein durch! Aber ich hab eine geniale Idee! Auf Zehenspitzen! Die Lehrerin sieht nicht her, oder? Gut! Das nehme ich! Was gibt es hier noch so? Nichts! Bingo! Farbe, Baby! Jetzt wieder auf meinen Platz! Er ist schon fast fertig! Ich beginne heute mit Rot! Ganz ohne Pinsel müssen meine Finger ran! Finger sorgen für jede Menge Textur! Erkennt man schon den Papagei? Diese dicken Striche sehen wie Federn aus! Langsam erkennt man das Bild! Das sieht so realistisch aus! Also dann, leg die Pinsel weg! Klasse! Justin, bereit? Ich weiß! Das ist voll gut! Ähm, naja! Es ist okay, Justin! Zeig dein Bild her, Gabby! Ich hab improvisiert! Und hab ohne Pinsel gemalt! Ich traue meinen Augen nicht! Das ist unglaublich! Bravo, Gabby! Ach ja? Vielen Dank! Nichts für ungut! Nicht traurig sein! Das kann aber auch nur Künstlern passieren! Heute male ich mit diesen Farben! Orange und grün! Nein! Das ist nicht gut! Wow! Was für ein schöner Gelbstich! Ach, hier lässt es sich gut aushalten! So, wunderschön! Ich muss sie auf mich aufmerksam machen! Perfekt! Aber diese Blumen gehören mir nicht! Aber natürlich! Ich kaufe da drüben welche! Aber Blumen sind immer so teuer! Oh, ich bin pleite! Ich als Künstler nage am Hungertuch! Gibt es hier Kohle? Nichts außer Farbe! Das war's mit den Blumen! Es sei denn... Das könnte ich gebrauchen! Frauen lieben Blumen, richtig? Auch wenn sie nur auf Blattpapier sind! Trage die Farbe mit deinen Fingern auf! Damit lassen sich tolle Designs kreieren! Seht euch diese tollen Fingerstriche an! In die Mitte kommt noch etwas Weiß! Und noch ein Klecks mit Gelb! Mit Grün wirkt das Bild noch lebendiger! Das ist eins meiner besten Bilder! Jetzt kommt alles oder nichts! Das ist für dich! Die sind fast so schön wie du! Wow! Für mich? Natürlich! Vielen Dank! Welche Maltechnik hast du dafür benutzt? Was ist jetzt dran? Meine Utensilien liegen schon bereit! Aha! Wie schön für dich! Yeah! Hä? Wer ist das? Oh! Wow! Cool! Los geht's! Ich fühle mich inspiriert! Emojis stehen für Spaß mit Formen! Ich male einen Kreis! Aha! Ich könnte etwas extra Hilfe gebrauchen! Geht doch nichts über frische Farbe! Hey! Pass doch auf! Das ist dir egal! Hab ich recht? Wow! Sie ist echt unglaublich! Tchö! Hm! Das ist interessant! Einen Augenblick! Ich fange nochmal von vorne an! Rein mit dir, gelbe Farbe! Perfekt! Jetzt kann der Spaß beginnen! Und auffüllen! Uh! Das sieht lustig aus! Weißt du schon, was das wird? Ein Emoji schon vergessen? Das ist mal was anderes! Hey, Wendy! Oh! Ich dachte schon, du würdest nie fragen! Ich glaube, mein Bild ist besser! Ist das cool oder ist das cool? Das hätte mir auch einfallen können! Und überall waren nur noch Blumen! Verrückt, oder? Yep! Was geht, Mädels? Hä? Oh! Hey, du! Wir haben gerade erst über Blumen gesprochen! Bin ich nicht hinreißen? Oh, hör auf! Okay, wir malen dich! Aber mit was? Ich habe keine Pinsel! Von Wendy kann ich bestimmt keinen nehmen! Oder doch? Der hier sieht echt gut aus! Gut, jetzt eine dickere Linie! Hey, das ist mein Pinsel, Jennifer! Der gehört dir nicht! Nein! Sieh nur, was du angerichtet hast! Dann male ich eben ohne Pinsel weiter! Und zwar mit der Flasche! Drücke das untere der Flasche in die Farbe! So entstehen Blüten auf dem Bild! Voll einfach, findest du nicht? Nur noch ein paar mehr! Eine feine, runde Sache! Probiere nun andere Farben aus! So langsam sieht es echt schön aus! Und? Nicht schlecht, oder? Das Bild ist nicht mehr zu retten! Mein Bild ist echt gut geworden! Unfair! Immerhin hast du dein Bestes gegeben! Für mich? Das ist echt lieb von dir, Jennifer! Hab Hände! Äh, du kannst mich später umarmen! Hey, was geht da vor sich? Wow! Bist du dabei? Eins, zwei, drei! Wow! Was soll ich damit nur anfangen? Oh! Ich kaufe mir damit, was ich brauche! Was ist das? Auf jeden Fall eine Farblieferung! Mal sehen, was darin ist! Augenblick mal! Das ist es! Schneide die Spitze der Tüten ab! So hat die Farbe freien Lauf! Und noch einmal! Möge das Farbrennen beginnen! Oh yeah! Seht euch all die Farben an! Die Schwerkraft erledigt den Rest! Dabei zusehen macht Spaß, oder? Weiße Farbe macht es noch interessanter! Pitch-Pitch! Das ist sowas von cool! Sieh dir das an! Fertig! Gefällt es dir? Voll weird, oder? Ja, aber zieh dir das rein! Wie hast du das nur gemacht? Wiedergewonnen! Ich liebe Malen! So entspannend! Und ich hab das beste Model! Du bist so liebenswert! Hey, Konzentration! Wählt eine Zahl! Ich mach das später fertig! Wir sind soweit! Dann los! Ich glaub, das ist schwer! Ja, was denkst du? Ich hab ne Idee! Wir lassen den Würfel entscheiden! Nummer 5! Okay, dann los! 5! Oh, interessante Wahl! Tierzeichnungen! Das ist schwierig! Oh, das gefällt mir! Ich brauche spezielle Stifte! Woher hast du die? Ist das nicht Betrug? Ich hab nur nen langweiligen Bleistift! Und der ist nicht mal gespitzt! Zum Glück hab ich diesen übergroßen Anspitzer! Ich hab ihn vielleicht etwas zu stark angespitzt! Der ist unbrauchbar! Was mach ich denn jetzt? Oh, vielleicht kann ich einen klauen! Ich meine... Äh... Und diese Schere kann mir auch weiterhelfen! Ich male drum herum! Bewege sie leicht nach oben! Und male um den Griff! Nun drehe ich sie anders herum! Das sollte reichen! Nun zu den Details! Zuerst die Augen! Dann Nase und Mund! Okay, kommen wir zur Mähne! Diese Zeichnung macht echt Spaß! Ich male den Kopf aus! Zuerst die Ohren! Dann der Mund! Die Nase wird rosa! Ich glaub, ich bin fast fertig! Fast hätte ich die Zunge vergessen! So! Der König der Dschungel! Echt großartig! Kapiert? Nicht schlecht! Hier ist meine Zeichnung! Gute Arbeit! Schwierige Entscheidung! Unentschieden! Wow! Das ist fair! Hey Jasmine! Ich hab was für dich! Ich hoffe, sie gefallen dir! Die riechen großartig! Oh, danke! So süß! Du hast sie dir verdient! Sie sind wunderschön! Hey, Romeo und Julia! Weiter geht's! Ihr müsst noch eine Zahl wählen! Äh, fünf? Eins! Fünf plus eins macht sechs! Sechs bitte! Okay! Nummer sechs! Oh, gute Wahl! Scheint als wäre die Zeit um! Tschüss! Wie bitte? Hey, wir sind wieder im Klassenzimmer! Puh! Ruhe! Kein Reden im Unterricht! Wenigstens hatten wir Spaß! Okay, dieser Platz sieht sehr gut aus! Ja? Die Bäume, Natur! Was wollt ihr noch? Es geht los! Und ob! Ich weiß nicht! Was? Hey, hör auf hier rüber zu starren! Als ob! Aber gut! Ich stell mich hier drüben hin! Was könnte ich malen? Bingo! Er sieht bezaubernd aus! Hoffentlich hat David ihn nicht gesehen! Ich hab ihn zuerst gesehen! Aha! Möge der beste Vogelzeichner gewinnen! Mit ein paar geschickten Kreisen komme ich dem Ziel näher! Du musst nur wissen, wo du die Linien ziehst! Nice, stimmt's? Und mit etwas Farbe kommt er noch besser zur Geltung! Gelb ist eine fröhliche Farbe, oder? Sie ist perfekt für einen fröhlichen Vogel! Und wie wär's mit etwas Grün? So ein friedlicher Farbton! Und auch etwas Blau, um die Augen zu erfreuen! Zuerst die Ränder ausmalen ist ein guter Tipp! Das rundet die Sache gut ab, oder? Fast fertig! Nur noch ein paar Striche! Und so wird's gemacht, Leute! Ein wahres Meisterwerk! Stimmst du zu? Ja, ich bin zufrieden damit! Was machst du denn? Was denn? Ich brauche eine extra Hand! Du wirst sehen, dass du nicht mehr brauchst als eine Hand! Okay, und ein paar strategisch platzierte Punkte und Striche! Siehst du schon den Vogel? Hab Geduld! Gleich wirst du ihn erkennen! Diese Äste werden das Bild vervollständigen! Und hier sind seine niedlichen Füßchen! Und ein paar Blätter! Ich finde, sie machen das Bild friedlicher! Erkennst du jetzt den Vogel? Ich bin ziemlich kreativ, stimmt's? Okay, du wirst es wirklich sehen! Gar nicht mal so schlecht, oder? Oh! Schätze, beide sind ziemlich gut geworden! Lass uns den Lehrer fragen! Echt jetzt? Ich hoffe, der ist okay! Der ist nur eingeschlafen! Hey! Oh! Ihr seid schon fertig, was? Hm! Gut gemacht! Und jetzt geht mir noch fünf Minuten! Alles klar! Ich brauche etwas, das für Aufsehen sorgt! Und ich weiß, was es werden soll! Komplementäre Farbtöne sind derartig! Aber da fehlt noch etwas! Aber was? Der Ball ist so winzig! Wow! Das Ding ist der absolute Wahnsinn! Mama! Oh, jetzt nicht! Okay! Aber da ist noch Farbe übrig! Damit kann ich spielen! Vielen Dank! Och, ich weiß nicht, was ich tun soll! Okay, ich versuche einen! Hey! Wo ist meine Farbpalette hin? David? Hast du sie? Entschuldigung? Schau! Ich habe das gemacht! Ich nenne es Wasserpfütze! Aha! Oh, ich weiß! Du willst mit dem Gesicht malen? Versuch's mal, David! Wow! Und los! Lustig, oder? Das kannst du laut sagen! Ja? Was, wenn ich meinen Finger nehme? Da kommt er! Ha! Leute, die blauen Punkte kommen! Und jetzt meine Lieblingsfarbe! Juhu! Fertig! Mama, schau mal! Ja, das sieht doch toll aus! Aber versuchen wir noch einen Trick! Auch Symmetrie kann schön sein! Und um das zu beweisen, erstellst du selbst eine! Das ist ein schöner Schmetterling! Mit dieser Linie wird er zum Leben erweckt! Zusammen mit den Umrissen der Flügel! Und noch die andere Seite! Fertig! Bewundere diese reine Schönheit! Und das ist erst der Anfang, mein Junge! Ich will nicht aus dem Trog essen! Ich mag Schlammwickel! Oh, dieses Feld ist so schön! Schau nur die Lämpchen! Kommt, lass uns herumspringen! Schau, Klee! Oh mein Gott! Das niedlichste Schäfchen, das ich je gesehen hab! Ach du meine Güte! Es fängt an zu regnen! Moment mal, das sind Münzen! Das inspiriert mich total! Au, was zum... Junge, sie hat mir einfach ins Gesicht gehauen! Ich versuche wieder einzuschlafen! Der Regen macht mich reich! Muss alles einfangen! Geld fangen! Was zur Hölle macht sie da drüben? Wachen sie auf! Stopp! Sie kicken und schlagen mich! Ach du lieber Gott! Ich hab geträumt! Wie seltsam! Warte! Ich war total inspiriert in diesem Feld! Ich muss etwas Kunst schaffen! Und jetzt brauche ich eine Münze! Wieder Regen in meinem Traum! Ich hab meine Stift, also Zeit, etwas Kunst zu schaffen! Ich lege die Münze auf die Leinwand und nun male ich drumherum! Drei weitere in der Mitte und ich verbinde sie miteinander! Das wird das Gesicht meines Schafs! Deine kleine Nase und der Mund sind so süß! Nun ein paar niedliche, rosige Wangen! So süß! Ich bin echt stolz auf dieses Kunstwerk! Komm schon aus dem Weg! Ich muss mein Kunstwerk versteigern! Wer würde gerne diese wunderbare Schafspferde ersteigern? Oh, absolut! Ich hätte es gern für mein Büro! Ich biete 100.000 Euro! Oh wow! So viel Geld? Oh ja! Verkauft! An den Mann mit Hut und Weste! Diese Kunstwerke sehen einfach nicht gut aus! Absoluter Müll! Das macht echt keinen Sinn! Dieser Ort ist doch so inspirierend! Ja, ich verstehe es auch nicht! Oh warte! Ich habe eine Idee! Male mich! Äh, nein danke! Lieber nicht! Verstehe! Dann halt nicht! Sie ist nicht wohl zu fein, mein Porträt zu malen! Wow, schau mal! Da ist mein Typ aufgetaucht! Hallo! Ja, ich habe etwas Magie eingesetzt! Schön, dass du da bist! Warte, ich habe was für euch! A la Kazam! Hier schaut! Eine Schatztruhe! Bereit zu sehen, was da drin ist? Tada! Ein Roboter und eine Puppe! So süß! Hier sind sie! Hallo, Mr. Roboter! Hallo, Püppi! Oh, das inspiriert mich total! Die Interaktion, das Drama, die Liebe! Meine Güte! Sie werden sich küssen! Ah! Die Inspiration überkommt mich! Ich male ein Herz auf meine Finger! So! Und male es aus, damit es hübsch aussieht! Die andere Seite und Finger natürlich auch! Okay, nun nehme ich schwarz für die Augen, das Lächeln und die Arme! Oh! So süß! Die lieben sich total! Sie umarmen sich und sind so glücklich zusammen! Schau nur! Hä? Oh, die sind echt süß! So toll! Danke! Ich wurde von der Liebe in der Luft inspiriert! Okay! Ich fühle mich total inspiriert, mein eigenes Kunstwerk zu schaffen! Ich male ein Herz mit meinem Filzstift und meinem Bleistift! Und nun kleine Linien oben und unten! Nun kreiere ich einen Schatten mit dem Bleistift! In der Mitte mache ich ihn etwas dunkler als oben! Nun nehme ich dieses Lineal, um eine gerade Linie zu ziehen! Die Linie und das Lineal dienen als Hilfsbücken für das Messer! Zuerst schneide ich an der oberen Linie entlang! Nun schneide ich hier oben am Herz! Eine Hälfte ist fertig, nun die andere Seite! Okay, jetzt kann ich den oberen Papierteil wegschieben! Zeit für etwas Schattierung hier unten! Wir brauchen nicht viel, ein bisschen reicht aus! Ich verblende es ein wenig, um es weicher zu machen! So, das sieht echt toll aus! Schau, ich bin jetzt auch fertig! Ein hübsches kleines Herz! Wie fit ist du's? Wow! Total 3D! Das solltest du unbedingt dem Zauberer zeigen! Oh, warte! Wo ist er hin? Er ist verschwunden! Zuerst aus dem Nichts erschienen, jetzt ist er weg! Ach, egal! Zer ran! Verkommen erst! Oh, was soll ich halt